Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de und heute fangen wir mal an, ein paar Fragen zu beantworten, weil ich nämlich ganz viele Fragen gestellt bekomme auf allen möglichen Kanälen. Also wir sind ja auf Twitter, auf Instagram, wir haben eine große Facebook-Gruppe, wir haben eine Facebook-Seite und wir haben natürlich Coffinist.de, wo wir hunderte Kommentare in der Woche bekommen. Und natürlich YouTube. Und YouTube gibt es natürlich auch mega, mega, mega viele Kommentare und wir kommen auch nicht mehr bei allem immer hinterher zu antworten. Darauf kommen dann auch ganz viele E-Mails. Deswegen werden wir einfach mal versuchen, uns so ein paar Fragen vorzunehmen, die öfter kommen. Und dann kann ich nämlich einfach immer den Link von dem Video schicken und muss nicht nochmal was schreiben, weil das dann doch einfach sehr, sehr viel Zeit verbraucht. Und heute geht es darum, wie lagere ich Kaffee eigentlich am besten? Worauf muss ich achten? Was sind die No-Gos? Wie vernichte ich das Aroma meines Kaffees und wie erhalte ich das Aroma meines Kaffees am besten? Und welche Tricks und Kniffe gibt es da? Und was sind die häufigsten Fehler? Und das soll ein ganz flottes Video werden, wo wir das einmal abarbeiten. Ja, es gibt ja auch ganz viele Ammenmärchen bezüglich Kaffeelagerung und sehr viele Volksweisheiten. Und ich glaube, da wirst du uns jetzt ja so ein bisschen mal aufklären, was es damit auf sich hat. Genau. Und wir machen uns jetzt erstmal ein kleines Getränk zwischendurch. Und dann fangen wir mit dem Video an. Euch wünsche ich erstmal viel Spaß dabei. Da sind wir wieder. Jetzt mit dem Getränk in der Hand. Das muss natürlich sein. Das ist wichtig. Mein Espresso Maurizio hat sich ein Cappuccino gemacht. Ein bisschen für die Gemütlichkeit. Das muss ja auch sein. Ja. Und es soll jetzt gar nicht so sehr, also in diesen Vollautomatengrad sowieso nicht gehen. Einfach ganz generell darum, wo man beim Kaffee aufpassen muss mit der Lagerung. Und das Erste ist natürlich so, dass Kaffee ein frisches Produkt ist. Und es ist immer wichtig, dass die Röstung noch nicht zu lange zurückliegt. Und jeder Kaffee hat ja immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist immer so eine Angabe, die bei Kaffee vielleicht gar nicht so wichtig ist. Weil Hersteller da auch unterschiedliche Sachen draufschreiben. Ich kenne einige Kaffee-Röster, die schreiben da glaube ich sechs Monate drauf. Dann gibt es viele, die machen zwölf Monate. Dann gibt es einige, die glaube ich noch längere Zeiträume machen. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum muss halt draufstehen. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Ja. Man kann jetzt darüber streiten, ob das überhaupt eine hilfreiche Angabe ist. Weil es ja einerseits so ist, dass wenn diese Zeit von sagen wir mal einem Jahr abgelaufen ist, der Kaffee jetzt nicht verdorben ist, aber er schmeckt halt trotzdem nicht mehr. Und das ist halt die Frage, was man dort macht. Deswegen ist es immer super, wenn das Röstdatum draufsteht. Das heißt, wenn du als Kunde genau weißt, okay, an dem und dem Datum wurde der Kaffee geröstet. Und dann kann ich mir immer genau ausrechnen, wie lange liegt die Röstung schon zurück. Und dann würde ich immer so empfehlen, den innerhalb von drei Monaten, nachdem er geröstet wurde, auch zu verbrauchen und nicht länger liegen zu lassen. Und das ist dann auf jeden Fall flotter, als jedes MHD abläuft für Kaffee eigentlich. Das heißt, vergesst das MHD, das draufsteht. Wenn das Röstdatum draufsteht, ist super. Wenn das Röstdatum nicht draufsteht, dann ist es schon mal kein so gutes Zeichen. Dann kann man aber auch mal nachfragen und dann meistens herausfinden, auch bei großen Röstereien gibt es meistens irgendwo die Information, wie lange die MHD geben. Dann könnt ihr selber das zurückrechnen auf das Röstdatum. Und meine Empfehlung ist halt so drei Monate, nachdem er geröstet wurde, kann man den auch ganz gut trinken, ohne dass er zu viel Aroma verloren hat. Wenn der erst mal richtig bereit ist zum Trinken. Also Kaffee muss ja nach der Röstung auch noch mal ein paar Tage liegen, je nachdem, wie dunkel er geröstet wurde. Je dunkler, desto länger. Ich finde ja unseren Kaffee hier so 10 bis 14 Tage nach der Röstung am besten. Und ab dem Zeitpunkt kann man dann eigentlich rechnen. Bei Filterkaffee, bei ganz, ganz hellem Filterkaffee zum Beispiel, ist es so, den kannst du eigentlich ein, zwei Tage, nachdem er geröstet wurde, schon gut trinken. Und dann kannst du ab da rechnen. Und ja, diese drei Monate sind, es wird halt, ab diesen 14 Tagen wird er nicht besser. Das ist einfach so. Er verliert immer weiter an Aroma. Aber für mich reicht es drei Monate auf jeden Fall aus vom Geschmack. Das sieht auch jeder ein bisschen anders. Einige sind da sehr kritisch und sagen nur sechs Wochen. Andere sagen so, ja, halbes Jahr geht schon irgendwie. Ja, generell ist es natürlich auch so, gerade wenn ihr jetzt Vollautomatenbesitzer seid und den Automaten einigermaßen regelmäßig benutzt, wisst ihr ja auch, dass man selbst ein Kilo dann doch sehr schnell durch die Maschine zieht. Das geht dann doch schneller, als man denkt. Insofern ist drei Monate ja auch auf jeden Fall ein Zeitraum, glaube ich, wo man ein Kilo auf jeden Fall rechnet. Es trinkt aber auch nicht wieder so viel Kaffee wie wir. Das darf man aber nicht vergessen. Das stimmt. Aber man muss ja noch nicht mal viel Kaffee trinken. Das reicht wahrscheinlich, wenn du eine Latte Macchiare pro Tag trinkst. Dann ist es auch wahrscheinlich schon auch, kommst du wahrscheinlich mit dem Kilo auch jetzt schon. Musst du mal ausrechnen. Musst du mal mal ausrechnen. Aber es ist ja so, dass schon immer ganz gut auch Kaffee verbraucht wird. Ja, die haben auf jeden Fall ganz guten Verbrauch. Das war jetzt erst mal das zum MHD und wie lange man den trinken sollte. Was sich dann wirklich oft gefragt wird, ist, ob man den Kaffee im Kühlschrank lagern kann. Oh ja, das ist eine heiße Diskussion. Und es gibt tatsächlich auch... Das liest man immer wieder, ne? Ja, es gibt also so viele Magazine und Haushaltstippsmagazine, wo das auch noch immer irgendwie empfohlen wird. Und ich glaube, früher war das so, dass es wirklich auch sehr viel empfohlen wurde. Mittlerweile wird das immer weniger. Und ich kann es euch ganz klar sagen, packt den Kaffee niemals in den Kühlschrank. Müsst ihr euch das vorstellen? Was ist gefährlich für Kaffee? Und damit er seinen Geschmack und Aroma verliert, sind verschiedene Sachen gefährlich. Andere Aromen. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel Stinkelkäse im Kühlschrank. Weil Kaffee ist wie so ein Schwamm. Der saugt halt anderes Aroma einfach auch auf. Und nur da Wurst oder sagen wir mal Stinkelkäse oder was man noch alles mit... Was auch Aroma abgibt im Kühlschrank haben kann. Das saugt er auf, was noch dazu kommt. Einer der Feinde von Kaffeearoma ist auf jeden Fall Feuchtigkeit. Und ihr kennt ja so Kondensfeuchtigkeit, die immer dann entsteht und sich absetzt, wenn große Temperaturunterschiede gibt. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr so eine Tüte Kaffee bei... Was hat man im Kühlschrank? Wie viel Grad? 6 Grad? 7, 6, 7, 8 Grad. Kühlschrank hat und dann habt ihr irgendwie zu Hause keine Klimaanlage und irgendwie werden Hitzerekorde gebrochen und ihr nehmt den raus und dann sind in der Wohnung 25 Grad. Dann wird sich Feuchtigkeit niederschlagen. Und das ist auf jeden Fall auch ganz schlecht für das Aroma. Also Kühlschrank ist aus verschiedenen Gründen nicht gut. Einmal wegen der Feuchtigkeit, die entsteht, wenn man es rein und raus nimmt. Und wegen anderen Aromen. Beides wirklich ganz schlecht. Mit den Aromen ist es halt auch so, ihr sollt den Kaffee halt wahrscheinlich nicht jetzt in den gleichen Regal lagern wie euer Gewürzregal. Das ist dann, wenn er neben dem Knublauchpfeffer steht, ist das auch nicht so gut. Das heißt, habt ihr am besten dafür nochmal einen extra Platz. Was auch wichtig ist, stellt so eine Tüte nicht irgendwie in die Sonne. Dass die am Fenster steht, wo Sonne raufstrahlt, dann habt ihr natürlich genau das Gleiche. Sollte eine möglichst konstante Temperatur sein aus den genannten Gründen. Und dann gibt es ja viele Leute, die auch überlegen, ob sie den Kaffee in so eine Dose, du hast jetzt eine Dose, die kannst du mal hochhalten, eine Dose packen. Das kann man machen. Ich persönlich bin gar nicht so großer Fan davon. Ich würde den lieber immer in der Originaltüte lassen, weil in so einer Dose, die muss ja auch irgendwie sauber sein. Und da, wenn du das umkippst, dann kommt wieder schon ganz viel Sauerstoff ran. Und ich bin jetzt gar kein so großer Kaffeedosen-Fan. Wenn ich die benutzt habe, habe ich tatsächlich eine Kaffeedose gehabt, wo ich dann die ganze Tüte reinmachen konnte. Das geht jetzt bei so großen Tüten sowieso dann nur, wenn du eine sehr große Dose hast. Doppelt hält besser. Kann man da natürlich machen, wenn man die gut verschlossen hat und das doch noch extra Dose macht. Aber eigentlich ist so eine Kaffeedose, wie ich finde, ein bisschen überflüssig. Besonders schlimm ist es dann, wenn die aus, kannst du wieder zurückstellen, wenn die aus Glas ist und die Sonne da wieder direkt rein kann und ihr die dann wieder auf den Schrank stellt und die Sonne raufstrahlt, dann verpufft das Aroma auch schnell. Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen kritisch. Zwischen einigen Kaffee-Röstereien gibt es ja so eine Rutschen, wo man auch den Kaffee so sehen kann. Und da ist es, glaube ich, okay, wenn der Kaffee da ganz, ganz kurz drin ist. Aber sobald der da länger drin ist, ist das auch echt keine sehr gute Idee. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Olivenöl. Also Olivenöl in Glasflaschen ist eigentlich gar nicht ideal, sondern man sollte es schon sehen, dass man Olivenöl auch quasi in den Aluboxen oder sowas lagert, wo eben gar keine Sonne rankommt, weil jede Sonneneinstrahlung auf ein Naturprodukt, nachdem es halt geerntet oder verarbeitet wurde, hat eigentlich immer zur Folge, dass es leidet und sein Aroma verliert. Ich sehe schon die Anti-Aluminium-Kommentare unter diesem Video. Gibt ja Leute, die Aluminium nicht so gerne mögen. Ich weiß nicht genau, ob das Aluminium ist. Es könnte auch ein Verbundstoff sein mit Kunststoff drin oder so, keine Ahnung. Ich habe nochmal eine Rückfrage zum Kühlschrank. Wie sieht es denn aus mit einem Gefrierfach? Weil es kann ja sein, dass man jetzt mal irgendwie einen Monat in den Urlaub fährt und kann ich es nicht einfach ins Gefrierfach packen. Das ist eine große Diskussion, auch unter Leuten, die sich ganz gut auskennen. Es ist so, dass die Prozesse im Kaffee, die das Aroma sozusagen vergehen lassen, gestoppt werden dadurch, wenn man es einfriert oder zumindest stark verlangsamt werden. Von daher ist es theoretisch schon möglich, auch eine Kaffeemenge einzufrieren. Man hat natürlich aber mehrere Probleme. Man hat einmal das Problem der Aromen wieder. Wenn ihr das neben, keine Ahnung, eure Scholle und, keine Ahnung, den Weihnachtsbraten, was noch über war, dann den Kaffee daneben legt, habt ihr natürlich auch Aroma, das da irgendwie dann aufgesaugt werden kann. Was halt theoretisch auch gehen würde, wäre so Portionsgrößen einzufrieren, den aufzutauen, wenn man das macht. Ich persönlich würde das nicht empfehlen. Man muss halt, das ist theoretisch möglich, dass man das Aroma länger erhält, aber es ist super aufwendig. Und ich glaube, so für den täglich Gebrauchten macht das auch echt keinen Spaß, den dann irgendwie da rausholen zu müssen. Und das ist so, dass es theoretisch durchaus Sinn ergeben kann. Ich finde das in der Praxis aber irgendwie eine bescheuerte Lösung, seinen Kaffee einzufrieren. Von daher würde ich das nicht machen, ist aber eine gute Frage. Darüber wird auf jeden Fall in der Kaffee-Community auch immer viel diskutiert, weil es da doch viele Leute gibt, die sagen, man kann das sehr gut machen und auch viele interessante Experimente machen. Das ist ja auch ein bisschen intuitiv. Ich tupper das einfach ein, packe es ins Gefrierfach und lasse es dann drei Monate drin. Ja, aber da ist halt auch immer so, wer mal versucht hat, so eine Tupperdose komplett sauber zu machen, ohne dass man dann noch irgendwas riecht von dem, was vorher drin war, der weiß auch, das ist gar nicht so einfach. Und das ist schon auf jeden Fall jetzt keine so ganz einfache Sache. Aber die Frage ist ja, wie packe ich dann den Kaffee überhaupt weg? Ich soll ihn nicht in den Kühlschrank packen, ich soll ihn nicht einfrieren, ich soll ihn nicht auf die Fensterbank stellen, ich soll ihn nicht in irgendein Glas lagern. Und die Antwort ist meiner Meinung nach super einfach. Ich würde Kaffee immer in der Originaltüte lassen und die dann einfach gut zumachen. Und ihr habt ja so eine Tüte, die ist dann offen, wenn man die aufgeschnitten hat. Ich würde immer aufpassen, wenn ich die aufmache, dass ich oben die sauber abschneide und nicht irgendwie so komplett quer aufreiße. Und wenn ich die dann zumache, dann mache ich das immer so, dass ich die einfach gut wickele, damit so wenig Sauerstoff wie möglich noch rankommt. Dann kann man das so ein bisschen so zuknibbeln. Und dann braucht man irgendwie so eine Klammer oder wenn man keine Klammer hat, braucht man Wäscheklammern, hat ja jeder zu Hause. Dann nimmt man zwei Wäscheklammern, das geht genauso gut. Ich habe aus Verzweiflung, als ich keine Wäscheklammern gefunden habe, auch schon mal Klebeband genommen und es einfach zugeklebt. Und dann macht man einfach seine Klammer gut rüber. Wir haben sogar auch schon mal Masten genommen. Stimmt, ich habe auch schon mal so einen Mund-Nasen-Schutz genommen. Und dann macht man das hier einfach rüber. Die ist jetzt noch gar nicht offen, da ist egal. Aber hier seht ihr schon, das Tamagotchi spielt jetzt wieder. Ja, er reinigt sich einfach mal so. Naja, das haben wir ja jedes Mal hier, dass sich irgendwelche Automaten von alleine reinigen. Und dann habt ihr das zugemacht und dann ist das gut. Und dann stellt ihr jetzt diese Tüte irgendwo hin, wo es keine zu großen Temperaturschwankungen sind und wo es nicht in der Sonne steht. Und was ich halt auch oft gefragt werde, ob man das Bodenfach hier ganz voll machen würde. Ich persönlich würde eher relativ wenig Kaffee immer im Bodenfach haben und mehr in der Tüte lassen und dann öfter nachkippen. Das halte ich dann doch für die bessere Lösung, weil der Kaffee einfach noch besser geschützt ist, wenn ihr den in der Tüte lasst. Und das ist jetzt eigentlich auch schon das ganze Geheimnis davon, wie man Kaffee lagern soll. Der häufigste Fehler ist einfach, dass es in den Kühlschrank gepackt wird. Ich glaube, so viele frieren den jetzt nicht ein. Immer schnell verbrauchen ist wahrscheinlich der beste Tipp, den man geben kann. Immer schnell verbrauchen, viel Kaffee trinken. Das ist immer gut für die Kaffeefrische. Nicht so viel hier ins Bodenfach reinpacken. Immer daran denken, alles, wo der Kaffee mit anderen Aromen in Kontakt kommt, ist schlecht. Wo der Kaffee mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, ist schlecht. Wo der Kaffee Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt wird, ist schlecht. Und ansonsten könnt ihr den wunderbar so einfach ein paar Wochen in der Tüte lassen, wenn die gut zugemacht ist. Tja, es soll ja auch ein paar Nerds geben, die sich Vakuumiergeräte kaufen und den Kaffee einvakuumieren, portionsgerecht. Man kann natürlich alles so auf die Spitze treiben. Ich bin ja immer sehr für praxisnahe Tipps, die irgendwie... Weil die Nerds, die sich sowas überlegen mit einem Vakuumiergerät, die denken sowieso genug selber darüber nach. Die brauchen jetzt keine Tipps. Aber so für normale Menschen ist das, glaube ich, so, wie ich das ja auch selber mache, schon eine ganz gute Lösung. Und ihr könnt auch noch mal auf coffeeness.de nachlesen. Da haben wir schon relativ viele Artikel zum Thema Kaffee und Lagerung geschrieben. Ich glaube, den ältesten habe ich vor zehn Jahren oder zwölf Jahren mal geschrieben. Mittlerweile wurde der aber auch schon aktualisiert. Und den Link dazu packe ich euch hier drunter natürlich noch mal. Und wir werden halt diese Fragen, die immer kommen, jetzt noch mehr Videos zu diesen Fragen machen. Und Fragen beantworten natürlich. Also haut auf jeden Fall eure Fragen auch gerne in die Kommentarsektion hier bei YouTube oder wo auch immer. Das hilft uns immer weiter bei solchen Videos. Genau. Also ich mache mir die ja, damit wir weniger Fragen kriegen. Aber wenn wir jetzt noch mehr Fragen kriegen, ist das natürlich auch gut. Wir lesen die auch und dann können wir mal wieder gucken, was sehr häufig auftaucht und ein Video dazu machen. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr Kommentare schreibt, liked und den Kanal abonniert. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.